So, meine liebe Zauberlehrlinge, heute hier durch die Kamera, einmal extra für euch. Wir machen ein paar kleine Zaubertricks mit Gummibänder. Das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben, habe ich euch nochmal Gummibänder mitgegeben. Vielleicht habt ihr sie noch, wenn nicht, das ist nicht schwer zu beschaffen. Gibt es die Kodi in allen möglichen Läden. Ich zeige, wie gewohnt, erstmal ein paar Tricks. Hoffentlich klappen die auch ganz gut und verbluffen euch. Und dann zeige ich euch, wie diese Tricks funktionieren. Ich habe hier zwei Gummis. Ich lasse mal das eine hinter der anderen hängen, sodass diese Gummis ineinander sind. Jetzt sind meine Hände damit verbunden. Ich komme hier nicht weg, da komme ich auch nicht weg. Hier komme ich nicht weg, da komme ich auch nicht weg. Und hier vor allem nach draußen komme ich auch nicht weg. Aber jetzt reiben wir das Ganze schön hart aneinander, pusten drauf und zack, ich bin raus. Ich mache jetzt noch einmal dahinter, zeige, hier komme ich nicht raus, da komme ich nicht raus, da komme ich nicht raus, da komme ich nicht raus, hier komme ich nicht raus. Und einmal wenn ich hier puste, komme ich raus. Sehr schön. Jetzt erkläre ich dir den Trick, wie der funktioniert. Der Anfang, habt ihr gesehen, ist kein Trick, das ist quasi das sogenannte Setting, der Anfang. Ich kreiere ein Problem, ich komme nicht weg. Hier komme ich nicht weg, da auch nicht. Dann habe ich erzählt, ich komme hier auch nicht raus. Während ich das mache, packe ich meinen Mittelfinger von meiner rechten Hand auf den Zeigefinger drauf und wechsle die Finger, sodass ich das Gummi nicht mehr in den Zeigefinger, sondern in den Mittelfinger habe. So wird habe ich meinen Zeigefinger frei. So kann man es vielleicht besser sehen. Und dann steige ich mit meinem Zeigefinger an den Daumen nochmal in das Gummi. Während ich die Hände wieder zusammenführe, lasse ich mein Mittelfinger rausgehen und führe vor allem ganz schnell diese Gummis wieder aneinander. Da bin ich schon raus. Aber dann erzähle ich noch, ich würde reiben und pusten. Und dann die Hände auseinanderzunehmen. Noch einmal. Hier komme ich nicht raus, da komme ich nicht raus, da komme ich nicht raus, da komme ich nicht raus, hier komme ich auch nicht raus. Und hier kommt der Trick. Rechts hält, rein, hier bin ich eigentlich schon draußen, wie ihr sehen könnt. Nur damit es nicht flitscht, gehe ich hierbei hier hin und führe die Hände wieder zusammen, damit es so aussieht, als würden die Gummis noch aneinander klicken. Sind sie aber nicht mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Vormittag oder was auch immer ihr gerade haben, während ihr das Video guckt. Habt viel Spaß, übt fleißig. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Danke, Sebas. Danke. Tschüss. Tschüss. Und auch kleine Pupa, dieser Zauberprick ist super. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020